Ihr könnt mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden. Der König! So bin ich gefallen, freiwillig. Weil die Menschlichkeit die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten. All die Arbeit. Nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Tristram ist nun sicher. Aber das ist erst der Anfang. Chaldeum, die große Stadt des Ostens, ist unter den Einfluss des Höllenfürsten Belial gefallen. Mit ihm habe ich ein ernstes Wort zu reden. stрыten WOMB Da wären wir. Kballdeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr, da Caldeum nun unter Beliales Bann liegt. Dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Ihr zwei findet heraus, wo sich Belial aufhält, während ich Magda aufspüre. Euer Onkel wird gerecht werden, Lea. Wache! Woher kommen diese Flüchtlinge? Ich bin keine Wache. Ich bin Aschara, Kommandantin der... Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, seid vorsichtig. Ihr werdet nach Alkanus. Ihr werdet der langen Straße folgen müssen. Über die Brücke, über die Schlucht hinweg und durch den Außenposten von Kazim hindurch. Etwas sagt mir, dass das hier eine interessante Reise wird. Seht euch vor, Reisender. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, die auf ihnen... Dort draußen gibt es Illusionen. Manchen kommen sie wie Luftspiegel umvor, aber ich durchschaue sie. Es sind die üblen Machenschaften des Zirkels. Wir werden euch in den Türen... Oh, ich habe den Zirkel schon zu meinem Schiff. Zurück! Sie sind in den Felsen! Die Larkoni- oder Panther-Menschen, wie sie manchmal genannt werden, beruhen in die Wüsten östlich von Kadeum seit tausenden von Jahren. Die größeren Männchen sind die... Seid vorsichtig. Sie sind ganz nah. Seid ihr auch ganz sicher? Ihr habt mit Nige herkommen sollen! Die Dämonen werden eure Knochen verschlehen! Wie konntet ihr von dem Hinterhalt wissen? Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Arena. Und ich bin ein Kreuzritter. Was macht ihr denn hier draußen, Arena? Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet. Ich mache euch den Weg frei. Hauptmann! Hinter euch! Schützt das Volk! Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Larkoni heute gut gegessen. Gibt es auf der Straße nach Alkanus noch mehr Larkoni? Noch schlimmer. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen, zum heulenden Plateau. Die Magie der Kultisten scheint von dort aus zu geben. Hier ist noch eine Illusion. Die Kultisten haben versucht, ihre Spuren zu verhüllen. Aber ihre Zauber sind schwach und es ist leicht, ihnen entgegenzuwerfen. Wenn wir diesen Spuren folgen, können wir ihre Verstecke finden und die Rituale stoppen. Ich werde alle weiter gestürmen. Es scheint, dass die Gefallenen in der Tat kreaturen dämonischer Abfahrten. Die alte Erzählung der Hora drin behauptet, die waren einst mächtige Diener des mythischen Asks. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. So lange... Vielleicht... Das Ritual ist... In einem Keller östlich von hier sollte ein weiteres Ritual stattfinden. So viel. Noch mehr versteckte Flussspuren. So viel. Noch mehr versteckte Flussspuren. Andra wie geht es mit. Achtung! Das war's. Zeigt mal die flotten Angriffen, was ich toll finde. Noch nicht bereit. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ihr Rituale hält sie in den Jungen aufrecht. Solange ihr nicht auch eine Illusion... Worum sprecht ihr eigentlich? Das ist eins der Verstecke. Lasst uns aufheben. Lasst uns zur Brücke gehen. Gott sei... Akarat, segne euch. Sag mir, was habt ihr Fragen gemacht dazu? Ihr Meister Delia will in Sanktuario einfallen. Ebenso sein Bruder Asmodan. Ich werde sie beide töten. Ihre Armeen zerschlagen und Sanktuario vor Schaden bewahren. Wie seltsam. Ihr müsst derjenige sein, den ich hier finden sollte. Ich werde sie nicht mehr. I got you. Der Schaft brennt im Licht. 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 Der Schaft brennt im Licht.